Nein! Alter, wie soll man das denn schaffen? Einen Checkpointer setzen. Das mache ich jetzt, ne? Ja, ich würde das öfter checkpoints, wenn die Maps echt hart. Die gibt's noch ein Easy, ich hab mal geguckt. Hier ist ein Slime. Ne, doch nicht. Das ist echt heftig. Aber die Challenge ist die erste machbare. Wieso springt der nie? Muss ich denn rennen hier auf dem Zollzern oder schafft man das? Du kannst das auch ohne machen. Hier ist Lava. Ich will diese Map voll buggy. Die ist für 1.2.5 auch. Ja, kein Wunder! Ja! Das ist machbar, du musst nicht mal rennen, ey! Was war nochmal Nacht für eine Zeit? 1.800. Ne, 180 Tonnen. Ne, 18.600 oder 186.000 oder doch 1.860 Spurs. Was ist denn das? Meiner springt nie! Yay! 186.000. Scheiße, das fällt jetzt schwer. Dürfte ich auch wieder... Danke. So, der erste Sprung ist ja noch einfach und beim zweiten springt meiner so gut wie nie. Okay. So. Weg dich ins Bett. Das schafft man. Was? Den Sprung! Da gibt's ja einen Sprung! Ja, deswegen ja. Loppen! Scheiße, ich hab's Feuer ausgemacht. Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht das Feuer ausmachen! Ja, hier unten ist das so oder so egal. Trotzdem. Also oben nicht hauen, okay. Dürfte ich jetzt eigentlich mal verbrennen? Haha, der Arme verbrennt gar nicht. Ich spawn immer unter der Map, ey, was gibt's denn denn? Ja. Ja, das ist normal. Das wär mir auch. Das kann... Was mit dem Matisse damit zu tun, aber ist ja nicht so schlimm. Sicher. Der Erfinder, der Ersteller dieser Map hat eindeutig zu viel Zeit gehabt. Ist das machbar! Der Erfinder dieser Map ist einfach in Hulenz-Zone. Das ist machbar. Wollen wir das easy Ding dann auch noch spielen? Wollen wir sagen, dann eher mal ne RPG-basiertere, also ne Story-basiertere? Nein! Ich falle! Oh, ich war fast drüben! Du musst wirklich auf der letzten Kante springen! I did it! Dir sagt Kraft, das macht drüben Wett, würde ich sagen, oder? Nur hier hinten ist, glaub ich, der nächste Checkpoint. I did it! Och komm, ich war grad drüben! Und dann falle ich runter. Da musst du durchrennen, kann das sein? Okay! Oh, ich bin normal tot! Oh! Zu früh los! Das kannst du nicht abschätzen! Wegen Feuer! Weil man sieht nichts! Ja, du musst abschätzen, also du musst... Ja, wie viel Blöcke sind denn das? Oh, verbrenne ich jetzt mal hier? Ja. Genau so, jetzt hol dir mal MB2! Und denn? Ja, und dann trittst du unserem Clan bei. Sehr schön. Eins, zwei... Warte mal, wie viel Blöcke sind denn das? Eins, zwei... Ah, ich richte mich einfach nach der Wand. Ich will endlich mal wieder hoch! Ich will endlich mal wieder hoch! Ah, scheiße man! Wie hoch! Ja, ich spawne mal unter der Map und dann dauert das mal eine Minute, bis ich wieder oben bin. Was? Bei mir dauert das fünf Sekunden! Nicht mal zwei! Eins, zwei... Okay, dann bin ich um. Wenn du vom Rand, am Rand langläufst und springst, schaffst du's. Hey, wieso brennst du denn jetzt auch noch, Wing Zero? Na, weiß nicht. Ich zähle jetzt mal nach. Ich zähle jetzt mal nach. Es ist ein Dreiersprung, doch. Nachbar ist es. Ja, es ist ein Dreiersprung. Oder... Eins, zwei, drei... Ich bin gegen die Decke gekommen. Ich muss vom Rand hin, ich bin gegen die Decke gekommen. Ich kann ja erzählen, dass du willst. Dann bin ich gegen die Wand gekommen, eins von beiden. Ja, bei drei Dingern, ich bin gegen die Decke gekommen. Das ist klar. Das ist doch nur Witz, oder? Mann, ich bin zu... Ey, das ist... Kann es sein, dass das gleiche mit der Lava ist, beziehungsweise mit dem Kaktus? Ja. Wo du genau beim Scharen springen musst? Ja. Elf Sekunden habe ich jetzt gebraucht, um mir überhaupt nach oben zu kommen. Okay, das ist heavy. Boah! Bang, Alter! Ich sag bang, bang. Bang, bang, ich sag... Boah, geschafft! Boah, endlich! Hör auf nicht zu schlagen, ich will verbrennen. Ja! Ich muss erstmal meine Hände eincremen. Und erstmal einen Schluck trinken. Soll ich auf den Avi... Ah. Ich würd sagen, jetzt ist Trolltime. 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 Alter, du bist wie klein, wie lange du brauchst, um oben zu sein. Ja, ich weiß. Geh aus dem Game-Mode raus. Ich trau' dir dann nicht. Bevor, äh... Bevor, äh... Wegen sie auch nicht aus dem Game-Mode ist, springe ich nicht. Nein, nein, nein. Das, äh... Nein. Schon besser. Oh. Ja. Genau. Oh, ja. Danach kommt ja was Schönes. Lass ihn mal, er muss... Er muss es erstmal schaffen. Ich würd' sagen, lass... Lass ihn erstmal. Ihr sollt' das noch probieren. Danach ganz gerne treu'n. Hey! Zu Stress, oder was? Ins Feuer mit dir! Vor der Weg in Hölle. Nein! Stirb, du Sau! Stirb! Stirb! Er hat sich Feuer hinten ausgemacht. Guck mal, jetzt kann man den Sprung sogar so schaffen. Das ist so ne Anlaufbahn, so ne. Oh, ich hab' mal Bock jetzt auf so ne RPG-Mail eigentlich. Ich will trotzdem die Notenung. Ey, ich hör' deine Pfeile zurück. Verbrenn' Pfeile nicht im Feuer? Kann mal aufhören, niemand nicht die ganze Zeit anzuschießen. Mach' keine Ahnung. Machen wir's gar nicht an. Ich werde angeschossen. Wenn ich aber drüben bin, krieg' ich erstmal direkt Schaden. Hm, 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 hm. Das fackelt's extrem, ey. Kann sein. Wie hast du die denn... Ah, 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 ah. Na los, Beric. Aber was brauchst du so lange? Wir müssen echt auf den Nitratos-Server gehen. Ja, jetzt komm ins Wasser! Jawollah! Da ist das Ding! Ja, wenn man hier erstmal auch noch Feuer wegmacht und alles. Leg dich hin! Speric, leg dich hin! Ich lag schon. Achso, okay, jetzt wird's heavy. Jeder geht seinen eigenen Weg, oder was? Ey, Mann! Es ist noch nicht gesagt zu reißen sein! Ich bin noch nicht mal in Flammen aufgegangen, ich bin eigentlich in der Lava gestorben, aber auch okay. Ich auch! Ey, Minecraft-Server sind so buggy. Buggy. Ja, das ist so... Oh, Mann! Weil, ja, bist du jetzt auf einmal hier durch die Wände gebracht. Wir gehen jetzt mal wieder aufzütteln. Traurort im nächsten. Wenn schon mit. Hm. Das ist nicht meine Schuld, dass wir nicht auf einem sind. Hm. Ne, Traurort im nächsten Mal. So, nein, da geht's nicht lang. Hau ab! Scheiße! Sag bloß nicht, da geht's nicht weiter! Nein. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist voll irritierend, wenn die Lava da... ähm... äh... ...rund... Geh sterben! Ist denn gegen Wände? Okay, hier geht's nicht lang. Oh, warte mal. Hier geht's noch lang. Hätte ich jetzt Timbermott drin... äh... Timbermott drin würde ich mir den Weg ausmalen. Timbermott. Äh, nicht Timbermott. Äh... äh... ...Rise Minimap. Timbermott. Gibt's ja auch. Mann, Alter! Wo? Wo? Welcher verdammte Weg ist hier richtig? Ey, hier ist kein Weg richtig. Ich muss mal von vorne anfangen. Geht's hier weiter? Nein! Also, verbiss dich. Ich komm immer noch nicht hoch. Jetzt bin ich oben. Ganz einfach das Ausschlussverfahren hier links. Geh ich jetzt einmal ab. Komplett. Und wenn's hier weiter geht, dann... gehen halt nicht mehr weit, gehen wieder links. Boah, ihr backt bei mir so eine Wende. Ja, mal. Bei mir wagt das ganze Spiel gerade. Habt ihr ihr recht schon alles abgeklappert? Weiß ich nicht, was Spiric gemacht hat. Also hier war ich noch nicht. Diese Lava-Geräusche irritieren übelst. Ich hör keine Lava-Geräusche. Ich hör nur das Geräusch wie ich und die anderen irgendwie nur brennen. Okay, hier ist schon mal... Das erinnert mich gerade an die Chio-Tortilla-Werbung. Wieso? Ich geh in Flammen auf für dich. Ich brenne völlig. Ja, ich geh. Ich brenne völlig. Genau. Ich hab gedacht, da ist jemand durch ein Lava-Lava-Rind gelaufen. Scheiße! Ich hab hinten die Wand erwischt. Die Endwand, da war das nicht der Ausgang. Kacke. Ich war schon mal hinten. Ich bekomme die ganze Zeit Schaden. Ich bin gerade tief im Lava-Lava-Rind, aber ich... Ich bin gerade fast am Ende, aber da ist halt Sackgasse. Okay, manchmal kreuzen sich auch die Wege nur mal so. Das ist ein anderer Weg an einen anderen Rack. Ich hab das Ende gefunden. Bababam, babababam. Ist da ein Checkpoint? Nö, aber eine Minecraft-Station. ihr müsst euch unbedingt mal in der Aufnahme angucken wie lange ich hier wirklich um braucht man wieder auf die Map drauf zu kommen Prozent mein Alter ist wichtig im Labyrinth und ich brenne übelst also am Server liegt es nicht der ist nämlich auch 71 Prozent frei er war es an das ist nicht es an Lohrlich natürlich wird auch wenn er sagt es ist ein Mythos ich brenne für dich ähnelt sich mal auf kreativ ja weil ich es weil ich geschafft habe ja trotzdem auch wenn ich will auch er soll doch nur um uns mit Pfeilen nein 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 sogar loszern jetzt will aber tschieten noch ein seitdem er überlegt ja nee ja ich brenne für dich ich hab's das ist eigentlich ganz easy mach einfach Game Mode an dann guckst du dir einfach mal an wie Sparek fällt Halt's Maul nein das ist der Weg voll einfach gewesen eigentlich schon ne der geht eigentlich nur an einer Seite lang so easy ach ich bleib einfach stehen und verbrenne ich brenne für dich so Sparek ich hab mal einen Tipp für dich es sei ein halb die Klappe er hat die Klappe es gibt nicht rechts lang nicht das stimmt ich hab auch obendrauf nein soll ich hochkommen oder was ja guck da einfach mit dem äh mit dem Game Mode zu warte mal so hier ist ein Cave irgendwo ich hab ein Cave gehört das ist eine Flatland World hä was ist hier ist voll der Lava Bug ja ich seh's auf der Minimap ne es geht voll die Lava runter was ist denn da nichts das ist ein Bug warte mal da geht's nicht lang dann geht's ach hier ja ok so ist der Weg eingezeichnet hier geht's lang ja ok der Weg ist aber eigentlich für easy dann geht's hier lang hier lang um nein das ist es glaube ich nicht nein Prozent Prozent ja auf dem Minimap erkennt man das schlecht na naja wenn ich und oder das ist für